ja jetzt bist du bei mir unterirdisch wirklich ja bei allen du stehst hinter mir dass mir ganz geheilt und dann ist ja gut okay belegt mich mit einer wieder was kann man da einer x-förmigen im wasser kann man die umrisse eines kleinen x-förmigen vehicles ausmachen okay worauf ist das jetzt eine anspielung hallo du sollst du nicht du dummer pisskorps ich rette dich ja so dann dauernd hoff zu untersuchen du scheißvieh und wie soll ich ein lebensbogen ich liege ja tot rum was jetzt ist wohl wohl raus oder wir töten erst mal wieder besser ich will von dem wasser runter das wasser hier scheiße das wasser will dann dauernd untersucht werden das wassersrede bedürftig der mann mit dem buchsack ich bin der vorratsschlepper du bist aus muli die brotten nun hier schon wieder hier oh ja ich will sein schwert ich will deren schwer da kannst du haben obwohl ich wieder kaputt ich kümmere mich mal um die seite jahre gut er meine sind immer noch tödlich auch wenn ich heilung benutzt meine sind bisschen tödlicher da guck mal die heilen irgendwie um 5000 oder so warte mal ich kann das meine auch ich kann das nehmen und toten klinge die macht genau was und toten klinge passive fähigkeit aktive doch da unten körper mittel und gift extras verlangsam vergiftet was haben wir hier wer liegt ja wirklich guckt euch die grabsteine an ok hier ruht emil endgut irgend irgendwelche von sind hier ruht johann ich glaube das sind die credits cool haben das spiel durch ich kann das spiel glitschen kann sich in starb kommen ein bisschen also machen und hat noch einer haben wir die es ist der leber wir haben das hausgeglitscht das ist das hausgeglitscht ob die zielst du um nur so als info in dem haus hätten uns eine menge toten stäbe tote stäbe erwartet die um zombies beschwören können aber ich glaube es ist nicht so wichtig oder nein dafür dass wir das jetzt wie gut intelligent an die macher von magica behebt das nicht ich find's gut so gucken hier liegt nichts vielleicht eine magische ungelrübe oder so untersuchen sie ist verschloss nee ist nicht dein ernst ich heil dich bis du kotzt die dinger hier sind echt praktisch pack noch einmal blitz mit rein macht noch mehr schaden also so ich mag dieses level oh da ist noch so magier wow aber passt auf der magier ist ein mensch also den muss man wieder mit arcan verwunden alter oh der geht aber gut dauernd mit arcan was ist das für wer will den stab ausprobieren ich hab schon einen tollen stab lass mal gucken stab der toten was kann der ausrat klicken lebst du glaube ich tote wieder oder so lass mal gucken passiv die fähigkeit erweckt verbündete okay also wenn einer tot ist ist das wahrscheinlich so eine instant wiederbelebung ja aber hol mach nochmal dann mach mal mausrad klick hol passiert gar nichts ist wahrscheinlich noch nicht geladen ich muss in einem radius stehen wow was macht die aura extra ist verlangsam vergiftet das ist dein schwert jup untoten gelingen gestabter toten kann nur verbündeter wieder wecken wahrscheinlich in dem radius wo ich stehe okay ich dachte der könnte was anderes du kannst mich gerne umbringen und einen stab nehmen wenn du willst nein ich habe schon einen tollen stab der hat resistenz gegen alle elemente gegen alle so dass das elemente überraschung m oder den faktor des größeren idioten haben wir gerne nicht unter der starten eine brennende statur kill mal einer numi ich will den stab testen welchen stab meint er nicht da könnte ach so kill wen anders falschen weg ist anscheinend auch voll surprise buttsex aus hey shadow ist gleich tot du hast mich getötet jetzt lebt er ja wieder da liegt noch kein schwert ja warte das sieht nämlich cool aus nee hier ist nichts aber auto will ich den kleinen biester ho ratatatatata Abruz. La la la. Dann wird man ein Eisweg zu versuchen. Die Nächsten sind mir hier zu aufdringlich. Oh, nein! Wir müssen mal in den Baum einschlagen sehen. Tut scheiße. Warte, jetzt nicht wiederbeleben. Drück dein Mausrad. Ne, Mausrad reagiert. Ne. Na, komm, gib's mir. Ja, hallo. Ich darf mich gerade die ganze Zeit nur heilen. Dankeschön. Stirb, du Toter. Äh, fah. Stirb, Toter. Äh, lebe, du Toter. Oh, da ist noch so ein Skelett. Hi, du. Ich habe noch einen Lieblingszauber. Okay, der hatte ich schon bei den Goblins, aber ich habe ihn gerade wiederentdeckt. Wiederentdeckt? Das war ne... Ja, das ist gerade mal ne Viertelstunde her, aber ich habe gerade meinen Lieblingszauber wiederentdeckt. Sehr gut. Ich glaube, wir haben jetzt doppelt... Ne, wie viel haben wir jetzt mehr geschafft als bei der letzten? Laufen, ne? Wesentlich mehr. Ja. Wir haben gerade richtig... Wir haben jetzt in den letzten paar Sprints gestorben. Äh, achtet mal auf den, das, was er sagt, also. Was? Was der Graf sagt. Irgendwas mit dem... Na, mal. Naja, haben wir das mit Dorfbewohnern. Moment. Halt! Achso. Ist das die Musik von Diablo? Ja. Mhm. Wie gut. Wir sind dreckige Zauberer. Wir haben verfolgt uns ein bisschen unser neues Projekt. Oh. Darf ich was auch probieren? Schade, ich kann mich nicht helfen. Hm. Was musste man hier nochmal machen? Das heißt, heißt ab. Das ist ne... Moment. Irgendwie gingen sie gerade in die Atmosphäre. Oh, fuck, 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 falscher Zauber. Und jetzt? Wartet mal. Boah, jetzt. Kann ich mich selber umbringen? Mag... Check nicht, was... Ich will mich umbringen. Magnus, Aldor. Vielleicht sollten wir sie einfach alle umbringen. Wir sollen hier über die Rand... Zurück. Hey, geht weiter. Ja? Ja. Ich dachte, da war noch irgendein Gimmick mit den Dorfbewohnern. Oh, ich glaube nicht. Achso, wir sollen sie heilen. Wir sollen sie wahrscheinlich heilen, ja. Rettet das Dorf, rettet die Welt. Hm, also ich finde, die sehen gar nicht so krank aus. Moment. Moment, Moment, Moment. Wenn unser... Bleib mal stehen. Ja? Wenn unser verehrter Herr nicht wäre, wären wir alle noch am Leben. Ich glaube, die sind tot. Die müssen wir wahrscheinlich ummieten. Nee, jetzt haben wir sie alle geheilt. Aha. Äh. 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 Was? Okay. Zu den Heugaben, Leute. Wütende Meute. Ey, da oben über dem Tor ist das ein Paradox-Zeichen. Ja, irgendwie geil. Ja. Glitscht bei euch die Tür auch ein wenig? Ja. Ja, das kann ein bisschen überraschend. Jetzt, wo ich darüber nachdenke. Ich werde doch meinen Lähnchen. Aber ich... Was war das? Du bist jetzt... Die Tür hat mich zurückschutzt. Nein, die Neid. Oh, Alter. Überhaupt nicht Klischee. Da ist ein Magiken. Wo? Ach. Und da ist ein Elch. Was haben wir bekommen? Angst. Aber ich glaube, der Elch fehlt. Die Marquis Angst. Moment. Der Spiegel. Ich habe kein Spiegelbild. Warte. Ich auch nicht. Ein Typ aus Blumen. Warte mal. Wo hast du... Wer hat jetzt die Königssuche geschafft? Äh. Der Elch über dem Kamin. Na, vergesst es. Ich möchte mich hier noch rumgucken. Nur mir geht man nicht vor. Ich möchte mich hier noch rumgucken. Nicht. Er hat sich nicht sonderlich im Zorn. Vielleicht ein Flammer. Sein Sohn oder er? Die Musik hier ist so geil. Äh. Ich weiß, woran die mich erinnert. Castlevania oder was? Exakt. Aber die Guten. Die Späteren. Nö. Ich bin gut. Das wirst du, glaube ich, gleich nicht mehr sagen. Dürfen wir? Moment. Ja. Was hast du jetzt mit der Marquis Angst? Weiß einer, was die bringt? Äh. Warte. Das ist... Wahrscheinlich Gegner verschuldigen. Oder das ist... Und das. Eis-Arcanschild. Toll. Wahrscheinlich wirkt es nur an Gegnern. Okay. No. Autsch!